Ich höre Wesel. Und so weiter. Das ist so in etwa der Anfang von einem alten deutschen Volkslied. Es heißt Ähnchen von Taro. Wind fängt sich im Ahorn. Rheinwelden, unwirklich fern und leise. Kleine Gespräche plätschern unter Fenstern. Und dann und wann ein Auto. Ähnchen von Taro um zwölf vom Willy Brody-Dom. Bohrmaschine im Ohr, röhrend an und abschwellend, darüber eine Feuerwehrsirene. Ein kleines Flugzeug mischt sich ein, die Bohrmaschine stottert. Alle sind gestört und niemand ist gemeint. Ohrenpause plötzlich. Nur noch Blätter rauschen. Hoch oben. Die stille Konzentration des goldenen Engels auf dem Kirchendach. Und dann läuten die Glocke. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.